So, also wir Kanadier sind die Riemer unter den Kanuten und wir erklären euch jetzt warum. Genau, da haben wir einmal unser Paddel. Das ist wie bei den Riemanden nur auf einer Seite vom Boot und wird auch nicht gewechselt. Das ist wesentlich kleiner als bei den Ruderern und wenn wir paddeln, dann fassen wir hier oben an und ziehen einmal durch und drücken quasi das Heck mit dem Paddel einmal zur Seite raus, damit wir nicht nach links bzw. rechts abfahren. Im Kanadierboot ist es so, dass wir dort knien. Dafür gibt es diese Knieschalen. Ich stelle dann quasi die Verbindung zu unserem Boot her. Je nachdem ob man links oder rechts kniet, kann jeder Sportler sich dann quasi seine Knieschale selber anpassen und genau, das ist quasi in jedem Kanadierboot enthalten. Genau, dann haben wir hier noch das Boot mit Heck und Bug und es liegt 14 kg und ist nach Wettkampfbestimmung 5,20 m lang. Ja, wählen und Untertitelung des ZDF, 2020